Norddeutschland Ich weiß ja, wenn der noch immer aktuell am Montag und so ist, wird sich jetzt geholfen, dass ich hier aber eher nach vorne komme. Das ist jetzt, wenn wir uns hier verkehrt, dass wir auf Platz 4, 187, und ich habe jetzt auch die Karte, die wir hier haben, 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 mit dem Heimvorteil Löwensdecken, kann ich hier freuen sich. Noch ein Platz, ein Sturz von Südgeleiten.